Ho ho ho, war denn dann allerartig? Denn wenn ja, dann liegt heute unter eurem Weihnachtsbaum ein cooles Weihnachtsgeschenk. Und jetzt so, äh, und Spaß, wir spielen heute wieder eine Minecraft Adventure Map, jo, mai. Ähm, genau, ich bin heute nämlich der Weihnachtsmann hier, und, äh, genau, ich hoffe, man kann hier ein bisschen was sehen. Ähm, ne, ich hab auch hier solche Handschuhe an. Nämlich ist heute Weihnachten, und, äh, passend zu Weihnachten spielen wir heute eine Weihnachtsmap. Nämlich, Leute, ähm, warte, ich muss das hier ein bisschen runtergeben, weil der Bart kratzt, ja. Ja, und, äh, genau, heute spielen wir nämlich eine Weihnachtsmap hier. Und, äh, Leute, ihr ratet nicht, äh, von wem hier die Weihnachtsmap ist, Leute, ja. Die Weihnachtsmap ist nämlich von einem guten Wertenherrn Chaoslo45. Nämlich ist es eine Weihnachtsmap, wir sind jetzt heute auf der 1.4, ne, war der 1.4.5 Map, äh, Version hier von Minecraft. Und, ähm, ja, genau, äh, die Map hat nämlich Flo, glaube ich, vor sechs Jahren oder so gebaut. Und, äh, genau, äh, also mal schauen, ich hab die, kenn die Map gar nicht, absolut, keine Ahnung. Und ich glaub, früher hab ich die irgendwann mal gespielt. Und, äh, genau, äh, Made by Chaoslo45, Map Made by Chaoslo45. Kannst du mich sehen, falls ja, äh, würde, wurde die Map auf Friedrich geladen. Ja, wurde sie. Und, genau, ich glaub, die Weihnachtsmap hier heißt auch, äh, Save, äh, Save Christmas. Und, äh, genau, also wie gesagt, nochmal, äh, frohe Weihnachten an alle. Ähm, und, genau, so. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr euch zu Weihnachten wünscht hier. Und was ihr bekommen habt, wenn ihr halt das Video seht. Und, äh, genau, Save Christmas, a Minecraft Adventure Map. Story, du bist der Weihnachtsmann. Jedoch ist dein Schlitten kaputt. Um ihn zu reparieren, benötigst du einen Bauteil für die drei spezielle Items finden, äh, was? Für den du drei spezielle Items finden musst. Fugelstaub, Netherstern, Leuchtkristall. Sobald du alle hast, kannst du den Schlitten reparieren und fröhlich Geschenke an die Kinder verteilen. Aber Achtung, die Items sind nicht, äh, leicht aufzutreiben. Du musst die Rätsel lösen. Äh, ich kann das jetzt nicht, äh, und Parcours absolvieren und, äh, kämpfen. Es gibt doch geheime Kissen mit lützigen Gegenständen in der Map. Außerdem gibt es drei Easter Eggs versteckt. In der Map, äh, äh, versteckt in der Map. Kannst du sie alle finden. Äh, es gibt aber einige Regeln, die du beachten musst, um die Map zu spielen. Umblättern, okay, alles klar. Regel 1, Spiel auf Adventure Mode, keine Blöcke, blablabla, blablabla. Äh, nicht cheaten, egal in welcher Hinsicht. Äh, ich glaube, ich müsste mal, äh, bin ich Adventure Mode? Ja, ich bin Adventure Mode, okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir, äh, fangen mal an hier mit der Map. Und, äh, ich bin echt gespannt hier, was hier, was mich hier erwarten wird. Und, äh, genau, man, ich glaube, das ist alles das Save, ja, gell, Save in Christmas. Genau, nämlich heißt die Map Save in Christmas. Das heißt, wir müssen drei Teile erfinden. Und, ähm, genau. So, ähm, hier ist ein großes Haus. Ich glaube, das ist von, es gibt auch einen Grinch oder so. Es gibt Easter Eggs, ja. Das heißt, wir müssen mal schauen hier, ähm, und, ja, ich habe auch keinen Skin, äh, weil es hier, äh, Minecraft 1.4.5, das war sechs Jahre war das von Minecraft. Könnt doch mal in den Kommentaren schreiben, wann ihr angefangen habt, irgendwie Minecraft zu spielen. Und, ich schau mal, gibt es irgendwo Easter Eggs? Ähm, hier ist eine Höhle, hier ist eine Höhle. Aber ich glaube, ich muss heute dann noch nicht rein. Und ist das ein Easter Egg? Ich weiß es nicht. Ist es ein Easter Egg? Nee, hier ist so ein Dings nur. Hier ist nur so, äh, so eine Eishöhle. Äh, geil, ich glaube, ich... Doch, man kann mit Doppelweg springen. Äh, äh, sprinten meine ich. Äh, aber mit Steuern kann man neu sprinten. So, jetzt machen wir die Bivopi-Taktik, so. Äh, nicht von der vorne Spawn. Ich bin echt gespannt hier, was das für ein Dings ist. Was ist hier so? Mr. 11. Hallo, ich habe dich, äh, bereits erwartet. Lol. Äh, ich sehe gerade was aufgegangen. Ähm, du findest mich hinten im Raum der Fabrik. Wenn du alle drei Items hast, komm zu mir und du bekommst das Bauzell. Was? Achso, äh, ich brauche alle drei Items. Dann findest du mich hinten in der Fabrik. Okay, hier ist, glaube ich, die Weihnachtsfabrik oder so. Denke ich. Äh, so, 3L, 2L, 1L. Okay, was auch immer sein soll. Äh, hier sind solche... Oh. Hier sind solche Dings oder so. Ähm, alles klar. Äh, was habe ich gesagt? Äh, findest du mich hinten im hinteren Raum in der Weihnachtsfabrik. Alles klar. Der macht glatt, äh, kratzt dir ein bisschen. Hinter der Weihnachtsfabrik. Ich glaube, das sind meine Dings hier. Hinten in der Weihnachtsfabrik. Was ist das hier? Äh, Power-Schienen-Control-System. Bitte resetet zwischendurch, da es manchmal zu Fehlern kommt. Alles klar. Äh, okay, ich kann nicht wissen, was das ist genau. So, was ist das für... Was ist das für ein Chess? Minecarts. Ähm, das Betreten der Lore ist sehr unratsam. Äh, ja, ich meine, warum nicht? Okay, geht das? Oh nein, ich muss ich... Muss, glaube ich... Oh nein. So. Du solltest das Minecraft erst fahren, sobald die Frauerschiene richtig eingestellt sind. Oh, oh. Leute. Äh, das Platzieren des Minecrafts auf der Strecke ist verboten. Alles klar. Okay. Dann mache ich das lieber mal nicht hier. Ich lasse es mal lieber hier. Und genau. Wo ist der Typ? Ja, der hat gesagt... Ähm... Äh, du solltest... Äh, du findest mich im hinteren Raum der Fabrik. Okay, äh, was ist das hier? Äh, Parcours Rage Quit Knopf. Erst drücken, wenn das unmöglich zu schaffen ist. Was ist denn Parcours? Also, das Parcours oder was? Achso, lol. Muss man hier einen Parcours machen? Muss ich hoch oder... Achso, man muss hier rüber. Und ich glaube, Parcours findet man, glaube ich, auch ein Teil. Aber mit Doppel-W hier zu springen ist richtig komisch. So. First Try, Leute. Nice, Leute. Ich habe es geschafft, oder? Hast du es geschafft? Lol. Oh, nein. Leute, nice. Ich habe es. Oh mein Gott, bin ich der Profi? Okay, jetzt muss ich irgendwie... Äh... Okay, nice. Oh mein Gott. Aber da oben war eine Chest. Ähm... Und da vorne ist auch noch eine Chest. Ich habe nur mit zwei Leben. Ähm... Genau, so. Äh... Hier ist irgendwie, glaube ich, eine Chest. Oh, ich habe... Ich habe hier... Äh... Ich will hier... Santer-Slam. Okay. Ich habe hier so ein Santa-Dings bekommen. Und so ein Santa-Sort. Okay, Cookies habe ich auch bekommen. Okay. Im hinteren Raum der Dings... Ich kann mir sogar spielen. Im hinteren Raum der Fabrik. Wo ist der hinteren Raum der Fabrik? Ich glaube, das ist eh hier. Ähm... Ah, hier steht er in der Ecke. Okay, 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 okay. Äh... Guten Tag, guten Abend. Ähm... Achso, nee, warte. Baustick. Funkelstaubend. Ich baue die ganzen Sachen hier. Baustick, Leuchtkristall. Okay. Das heißt, ich brauche hier die ganzen Sachen. Und... Äh... Hier ist wieder eine Chest. Noch eine Lore. Äh... Und hier ist... Leute, sogar eine Halbtür. Richtig cool. Okay. Ähm... Dann schauen wir jetzt mal in den Hinterraumraum. Ich glaube, das ist eh der. Und... Ja, also muss ich da hoch oder so? Äh... Ich schaue mal. Ich glaube, ich muss das hoch. Ich glaube, ich mache das Jump-Run schnell. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Ich bin jetzt hier oben. Ich habe das ganze Jump-Run hier schon geschafft. Und kurz in der Chest. Äh... Zauberstern. Okay. Wir haben schon einen Teil hier, okay? Oh, ich bin nicht gestorben. Okay. Das heißt, eine Einzahl haben wir schon. Alright, alright. Warte, ich kann nicht mal warten. Oh, hochgehen wir über den ganzen Sachen. Das heißt, ein... Äh... Dings-Teile haben wir schon. Ähm... Baustück. Ähm... Baustück. Also, drei Baustücke, glaube ich, haben wir. Zauberstern. Okay. Das heißt, eins haben wir schon. Ein Baustück. Okay, was mache ich mit dem Baustück? Ähm... Äh... Das beträgt in der Lore. Alles klar. Äh... Kann ich das irgendwie hier raufwerfen? Oder wie ist das? Mit einem Baustück? Er hat geschrieben, irgendwie, ich soll, ähm... Ähm... Hier nach vorne gehen. Ähm... Alright. Äh... Das heißt, ich glaube, ich schaue mich mal um. Ich muss drei Sachen finden. Ähm... Ich schaue mich mal um hier. Weil da vorne war auch eine Höhle. Vielleicht gibt es irgendwo... Vielleicht ist hier irgendwo der Grinch oder so. Okay, ich habe jetzt ein bisschen rumgetan. Das ist mir aufgefallen. Ähm... Ich habe nämlich hier alle Schalten mal runtergegeben. Und... Äh... Genau. Hier ist nämlich, ähm... Äh... Alle Schienen sind angegangen. Das heißt, ich kann, glaube ich, jetzt ein Minecraft oder so reingeben. Schätze ich. Äh... Und dann... Währt das durch oder so. So. So, jetzt soll weitergehen. So. Das ist echt ein bisschen. Okay, die Frage. Was passiert hier jetzt? Oh, ich muss ein bisschen essen wieder. Haben die irgendwas? Ist es weitergegangen? 3A, 1A, 2R. Also, passierte irgendwas, wenn das durchgeht. Ich weiß nicht, ob es komplett durchgegangen ist. Doch, irgendwas ist passiert. Ist irgendwas passiert? Schneide gerade draußen. Ist da vorne irgendwas bei der Dings passiert? Bei der, äh... Bei der, ähm... Bei dem Teil hier? Kann das sein? So, ich habe jetzt die Seite in Minecraft auch noch reingenommen. Warte. Aber was haben die geschrieben? Ähm... Du hast das Funkelstaube erhalten? Ähm... Grinch. Muhaha. Ich habe den... Ich habe den Leuchtkristall. Weihnachten wird dieses Jahr, äh... Ausfallen müssen. Los, suche den Grinch in seiner Höhle und hole dir den Kristall. Den Leuchtkristall? Alles klar. Doch, ich habe den Leucht... Funkelstaub. Äh... Das heißt, äh... Ich muss nur mal den Grinch irgendwie... So, äh... Glaube ich irgendwie. Okay, ich esse mal wieder Kekse hier. Und, äh... Genau, ich habe jetzt schon zwei Bauteile anscheinend. Okay, die Map geht relativ schnell. So, so, so. Ähm... Bam. Okay, ich habe zwei Baustücke. Äh... Was ich immer mit dem machen muss... Okay, ich regeneriere eh ganz langsam. Okay, ich muss jetzt irgendwie den Grinch aufhalten oder so. Der will irgendwie Weihnachten... Ähm... Oh, Weihnachten irgendwie auffällt in seiner Höhle. Weil seine Höhle war ja da vorne. Aber da war ja nichts, oder? War da irgendwas? Ich denke nicht. Oder? War da irgendwas? Halli, hallo, hallo, wieder. So, wie Tops sagen würde. Äh... Doch, Tatsache. Ist auf. Ist offen hier. Lol. Alles klar. Okay. Äh... Ähm... Okay, ist ein Knopf. Was passiert hier? Äh... Platziere Lord Frostkopf. Ähm... Lord Frostkopf. Was haben wir geschrieben? Ich habe den Leuchtkristall. Weihnachten wird dieses Jahr... Los suche ich den Grinch in seiner Höhle und hole dir den Leuchtkristall. Äh, das Ding. Achso, hier geht's hoch, gell? Oh, lol, okay, 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 Leute. Ähm... Ich sehe was. Äh... Oh. Das wollte ich nicht. Ich weiß doch, wie sehr du ein Parcours liebst. Nein, Leute, ich liebe kein Parcours. Oh nein, jetzt muss ich da... Oh nein, das ist richtig gut gemacht. Yes, sir. Oh nein. Oh, schnell, 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 schnell. Ähm... Ich habe schon geskelette oder so. Aber, Leute, mein Schnee ist echt gut gemacht. So. Äh... So. Oh nein. Ähm, so. So, so, so. Nice, ich glaube, ich habe es. Doch, die Sache. Ich habe Zombies. Was ja nicht gut ist. Achso, Leute, hier ist ein Knopf. Was passiert hier? Wer stört mich mit mir in den Schlaf? Lord Frost? Ich werde dich wohl kalt machen müssen. Oh, hier ist ein Skelett. Okay. Ich muss zurück hin, so. Wenn ich wohl kalt machen muss, so. Ein Kürbis. So. Oh, wie viel hält das so aus? So, altes Kampfsystem. Easy. Die Critics. Die, die, die 90. Die Critics. Okay. Lord Frostkopf. Doch, Tatsache. Oh, lol. Okay, warte mal. Äh, ich habe richtig viele Sachen gekriegt. Kann ich auch aufsetzen? Ja, kann nicht. Okay, ähm. Ich schätze, äh, ist hier noch irgendwo ein Easter Egg. Deswegen, wo sind die Easter Eggs, ja? Äh, es gibt drei Easter Eggs auf der Map. Oh, sind noch Zombies oder so. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie Lord Frostkopf oder so, äh, draufgeben. Und, äh, ja, so. So, ähm, und, äh, ich muss hier Lord Frost, aber ich will hier kein Easter Egg verpassen. Ich renne noch einmal hier ohne Map. Was ist das hier? Ist das ein Easter Egg? Das ist kein Easter Egg. Äh, ich will nicht. Nichts irgendwas verpassen. Deswegen schaue ich noch mal schnell, ob hier irgendwelche Easter Eggs sind. Äh, ich renne einfach nur schnell hier, äh, einmal rum. Und schau mal. Ähm. Das muss, wer, äh, äh, der, der Flo hat ja gesagt hier, es gibt drei Easter Eggs, hat er am Anfang, also, hat der Typ gesagt. Oh, hier sind so ein Dings. Hier sind so ein, ähm. Oh. Leute. Ich glaube, ich habe ein Easter Egg gefunden. Wirklich? Leute, antiges Schwert, was? Ein goldenen Apfel? Ich glaube, das ist ein Easter Egg, oder? Ich glaube, der nicht. Ich glaube, das ist ein Easter Egg safe, 100% Leute. Lol. Aber durch den Schnee, wie cool. Okay, mal schauen, vielleicht gibt es noch mehr Easter Eggs hier. Vielleicht gibt es ja woanders auch noch Easter Eggs. In der Weihnachtsphobie glaube ich nicht, dass es ein Easter Egg gibt. Aber, keine Ahnung, ähm. Ich renne mal nur hier rum, ja. Aber, man kann ja einfach durch Schnee fallen oder so. Ich weiß nicht, ob es das in den neuen Versionen auch noch gibt. Oh, hier ist ein Easter Egg, glaube ich, oder? Doch, Tatsache. Trank der Regeneration. Okay. Im Baum, gell. Okay, wir müssen safe noch ein drittes geben. Okay, wir haben zwei von drei Easter Eggs. Und, ähm, okay, okay, okay. Ähm. Vielleicht ist sie irgendwo noch, äh, okay, warte. Hier noch eins, oder? Ne, das ist der Spawn, das ist der Spawn. Hier ist das eine Skelett noch. Okay, dann glaube ich, äh, gehe ich jetzt mal zum Dings hier rüber. Zu dem, ähm, zu dem Typen hier. Äh, zu einem Grinch, glaube ich, oder Grinch, würde. Ähm, weil da war nämlich offen und ich muss jetzt den Kopf hier platzieren oder so. Den Lord Frosts Kopf. Aber die Map ist echt mega cool für da. Also dafür, dass ich sechs Jahre alt ist. Okay, äh, Lord Frosts Kopf. Ähm, ich glaube hier platzieren. Oh, roll. Wie geht's weiter? Okay, okay, okay. Was ist hier? Äh, ich sehe irgendwas. Ich habe Angst, dass ich wieder hier... Oh, ich habe dich... Oh, da ist es zugegangen. Ich habe dich bereits erwartet. Meine Wachen werden dich empfangen. Äh, meine Waffen. Meine Waffen. Meine Wachen? Hallo? Wo sind die Wachen? Äh, werden dich bereits empfangen. Ich glaube, das kommt jetzt in den nächsten Raum. Ja, doch, Tatsache. Ich höre, die Zombies schon. Äh, jetzt ist nur die Frage... Oh, nun gut. Ich werde mich, äh, persönlich um sich kümmern. Was? Wow. Okay. Lol. Wie OP der einfach ist. So. Okay, das ist ein Cringe, glaube ich. So. Nice, 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 nice. Okay, ich fange... Äh, Wachen sind, glaube ich, nicht gekommen. Nice, meine Crude, Chris. Wow. Oh, lol. Okay, es kommt Baby-Zombies. Mutanten-Zombie-Eiswache. Was? Mutanten-Zombies? Was kommt hier jetzt alles? Ich glaube, ich muss einen goldenen Apfel nehmen. Und Regeneration. Oh. Oh, mein Gott, wie OP ist der denn? Oh, mein Gott. Okay. So, okay, nice. Ich glaube, ich habe ihn. Nice, okay. Oh, mein Gott, okay. Grinchkopf, Sharpness 5. Alles klar, lol. Was? Oh, ich komme noch mehr. Sharpness 5. Okay, Sharpness 10, glaube ich. Oh, mein Gott. Wie cool. Nein, jetzt bin ich schon wieder gestorben. Oh, nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut heute. Okay, äh, unser Dings ist kaputt gegangen. Und ich habe einen Leuchkristall. Jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt wieder zurück? Ich nehme meinen Goldapfel. Ähm, alles klar, alles klar, alles klar. Okay, äh, hier weiter. Okay, komm, wir wachen. Hier ist irgendwas explodiert. So, was ist das dann? Und es kommt noch irgendwas anderes? Lord, was passiert jetzt? Okay, nice. Jetzt habe ich den noch. Leute, Mutanten-Zombie-Dings. Plus-Rotection 5. Was? Alles klar. Ja, und, äh, lol, Schattens 2. Looting habe ich jetzt nur. Schattens 2, okay. Äh, so. Hallo? Was ist das hier? Easter Egg 1 von 3. Okay, ich habe einen Easter Egg. Warte, was? Ein Easter Egg habe ich jetzt? Äh, passiert noch irgendwas? Oder? Nee, ist wieder aufgegangen hinten mir. Okay. Das heißt, wir haben jetzt alle drei Bauzeile. Ich glaube, das funktioniert irgendwie. Jetzt ist die Frage, wo? Wo sind noch Easter Eggs? Sind da oben noch Easter Eggs? Irgendwo muss noch ein, ähm, ein, äh, Knopf hier sein. Ist irgendwo ein Easter Egg? Ich glaube, in der Version haben wir noch gar keine Knöpfe hier platzieren können. In den Dings. Ich glaube, das ist, glaube ich... Warte mal, Easter Eggs 1. Das ist das 1 von 3. Das heißt, ist das das allererste, glaube ich? Denke ich? Allererste? Habt ihr gerade wirklich, äh, ein Dings gemacht? Ein, äh, ein Ei hier aus Easter Egg? Okay, ähm, das ist nur die Frage, wo die nächsten zwei Easter Eggs sind, ja? Okay, ich hab jetzt, äh, Cringe Kopf auch. Das ist mir gerade ein Cringe gekillt anscheinend. Nice! Okay, ähm, jetzt muss ich nur mal hier irgendwie, ähm, jetzt muss ich nur mal irgendwie hier, äh, das zurückbringen. Okay, ähm, alles klar. Und hier ist einfach so ein Weihnachtsbaum mit einem Cringe. Okay, äh, ist, äh, hallo, ähm, Mr. Irgendwas. Ich weiß nicht mehr, wie die geheißen hat. Wo bin ich? Acht Cobblestone. Äh, so. Ähm, ist das Leuchtkristall und Baustück? So, ich hab jetzt beide, ich hab jetzt drei Baustücke, ja? Und jetzt muss ich, kann ich jetzt irgendwie, äh, äh, was muss ich jetzt machen? Äh, muss ich jetzt irgendwie, weil ich hab beide, äh, Baustücke. Okay, das heißt, ich hab jetzt irgendwie alle drei Bauzeile. Das heißt, ich muss jetzt hierher gehen. Ich glaub, äh, der hat auch noch mehr, glaub ich, oder? Ja? Doch, Bauzeile, okay. Das heißt, ähm, so. Äh, ich hab alle drei, so. Sollte irgendwie passen. Okay, ich hab ein Baustück. Das ist nur die Frage, wo platziere ich das hin? Ähm, hier irgendwo? Äh, warte mal. Ich platziere das jetzt am besten nicht irgendwo hin. Äh, hier. Platziere das Bauzeile hier. Äh, passiert irgendwas? Ich kann's aber abbauen. Irgendwie hier. Doch, jetzt. Der Schlitten ist repariert. Steige an und bringe den Kit an die Geschenken. Alles klar. Steige an und bringe die Geschenke. Oh mein Gott. Okay, Leute. Warte, ich bin jetzt, glaub ich, äh, am Dings. So, ich hab jetzt mein Bart hier, so. Ich hab jetzt mein Bart hier hier perfekt reingegeben. Nämlich, ähm, muss ich jetzt meinen Job machen, ja. Ich muss jetzt hier irgendwie rüber, so. Äh, so. Alright. Und hier bin ich schon, 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 schon rein hier. Und so. Hier bin ich schon schon rein. So. Oh, ich bin drinnen. Okay. Bring das Geschenk zum Weihnachtsbaum. Meide dabei, äh, das Alarmsystem. Okay, wo ist das Alarmsystem? Meide dabei das Alarmsystem. Okay, leise, Leute. Leise, leise, leise. Hier ist ein Alarmsystem. Oh, okay. Äh, hier ist ein Chest. Okay, ich muss das Alarmsystem, so. Oh, okay. Ich darf hier nicht in den Alarms rein treten, okay, so. So, Leute. Oh, nein, okay. Das ist ein bisschen, ein bisschen tricky hier. Ich bin nicht der beste Weihnachtsmann, ja. So. Oh, ist richtig schwer, warte mal. So. 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 Und so, nice. Wo ist der Weihnachtsbaum? Hier ist der Weihnachtsbaum, okay. Äh, okay. Geschenk erledigt. Okay, nächstes Geschenk, Leute. Ähm, alles klar, okay, okay. Hier ist, glaube ich, so ein Bauernhof oder so. Kein Turms wohnen oder so. Alright. So, das heißt, hier hoch. Gibt es irgendwo einen Schornstein? Ich glaube, ich muss von unten da rein. Ich glaube, das sind so die Dings, gell? So eine... Okay. Alarmsystem beiden. So. Oh. Das ist richtig schwer hier eigentlich, oder? So. Okay, das ist hier drinnen. Hier ist, glaube ich, ein E-Sec, glaube ich. Safe drinnen, oder? Was ist hier? Da muss ich mir den ganzen Chests schauen, weil... Aber hier ist nie irgendwas drin drin. Okay. Äh, so. Oh, nein. Und wo muss ich das eine Geschenk hier... Oh, nein. So. Oh, nein. Das ist richtig schwer hier. Wo muss ich das eine Geschenk hier reingeben? So. Wie habe ich denn das geschafft? So. Nein, doch nicht. Okay. So, warte. Ich mache das so. Also, wisst ihr was? Wisst ihr was, Leute? Jetzt gibt es kein Alarmsystem mehr, ja? So. Jetzt gibt es kein Alarmsystem mehr. Okay. Weihnachtsbaum hat das offiziell ausgeschaltet, das Alarmsystem. So. Oh. So. Ich muss hier halt immer noch in der Mitte durchgehen. So. So. Und. Zack. Okay. Wo muss ich... Hier schläft der, glaube ich. Gerade muss es leise sein. So. Oh, nice. Da vorne war aber ein Knopf noch zuerst. Ich glaube, ich denke, der Knopf jetzt verfehlt oder so. Okay. Ist das hier? Ist das hier reingläufig? Denke ich. Hoffe ich. Ähm. So. Ah, hier geht es weg. Ich glaube, das ist eine Kirche jetzt. Okay. So. Letztes Geschenk, Leute. So. Okay. Oh. Da war auch noch das Alarmsystem. Okay. Aber es ist richtig schwer hier mit Doppel-W zum Sprinten. Ich glaube, Flo sprinten auch noch in Doppel-W oder so. 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 Und. Wo muss ich das platzieren? Ich glaube, hier runter. Oder ist das ein Easter Egg? Oder wo muss ich das, Leute, das Geschenk? platzieren. So. Oh. Hier in ein Haus, oder? Okay. Hier ist zu. Hier ist auch zu. Äh. Auch zu. Wo muss ich das platzieren? Hier, gell? Oh. Okay. Nice, Leute. So. Und. Nice. Hab ich es gewonnen? Alle Geschenke erfolglich ausgetragen. Weihnachten wurde gerettet. Nice. Danke für das Spiel. Aber nee, kannst du auf YouTube für mehr. Ähm. Nice. Viel Spaß mit dem Feuerwerk. Äh. Was ist ein Feuerwerk? Kommt die irgendwo Feuerwerk? Lala. Die Map ist richtig riesig, gell? Ähm. Ja. Wie gesagt, lass ein Like und ein Abo da. Für mehr Minecraft. Ähm. Ähm. Facecam hier. Wie gesagt, lass ein Like. Und. Äh. Wurde ich sagen. Hohoho. Habt noch ein schönes Weihnachtsfest hier. Und. Äh. Schaut auf den Silvester-Design für das Silvester. Also falls ihr Silvester magt oder so. Ähm. Okay. So hat das ein guter Job. Wie gesagt. Äh. Gibt es noch ein neues Design? Das Silvester-Design. Und wie gesagt. Lass noch einen Abo und einen Like. Äh. Aktiviert die Glocke. Und würde ich sagen. Ähm. Bis auf nächstes Jahr Weihnachten. Und. Tschau. Hohoho. Bis zum nächsten Mal.